Hi, ich bin's kurz, der Oconkel, nur zu wirklich ganz kurzer Ankündigung, wie es gerade mit den Let's Plays aussieht. Zurzeit laufen ja Narnia und Nightfire. Ich werde alleine auf meinem neuen Let's Play Channel blind das Spiel The Book of Unwritten Tales. Let's playen, also blind, wie schon gesagt. Und ja, was Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs angeht, ich weiß nicht, das wäre dann auf jeden Fall vielleicht für euch erfreulich. Im Zweispieler-Modus mit meiner kleinen Schwester werde ich die Rückkehr des Königs jetzt playen. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das zeitgleich zu Narnia mache. Erstens müsste ich dann mit meiner kleinen Schwester zwei Projekte gleichzeitig machen und hätte an sich noch, weil ich ja das bearbeiten, hochladen, schneiden und das ganze Zeug mache, vier Let's Plays gleichzeitig am Laufen. Deswegen weiß ich noch nicht, wann das kommen wird. Weil ich hätte nicht gedacht, dass das mit meiner Schwester so erfolgreich wird, dass ich mir ernsthaft überlegen müsste, ob ich das Herr der Ringe mit der auch noch mache. Und deswegen ist da jetzt etwas auseinandergeraten, falls ich überhaupt jemals einen Plan habe, der kaputt gehen könnte. Aber scheiß drauf, bevor ich jetzt hier irgendeinen sinnlosen Schwachsinn labere, ich hoffe, das waren alle Ankündigungen. Ja, sinnloses Video, aber ich glaube, euch gibt es ein paar Infos. Weil ich werde immer oft gefragt, wann ich jetzt Herr der Ringe Rückkehr des Königs mache. Ja, wie ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part. Wenn es gut läuft, kommt von The Book of Unwritten Tales heute schon der erste Part. Ja, ciao.